genau mach dich breit ein schöner match bruch wäre das geradeaus geradeaus oh wasser wasser ich hasse wasser ich hoffe ich kann schneller über durch das wasser laufen jetzt dass da irgendwie so viel kommt ich höre schon recht viele schüsse ja ich eisenhütte eisenhütten stadt sie sind sogar vor uns oder die schüsse ja entweder vor uns oder so leicht links warte mal ich bleibe mal stehen ich will mal gucken ob ich irgendwas mit meinem visier hier alter scheiße so ich habe schon abgibt oder wir beide haben ja ich war mir auch nicht ganz sicher der vor uns da ja ja vorsicht alter scheiße an der saaten mutter soll es nicht scheitern wo ist ja ich das wüsste alter diese diese saaten mutter die geht mir so ein pinsel ich sehe die die krähen aber kann es sein dass die da auf dem dach irgendwie rum kriegt oder dann müssen wir mal eine spritze geben ich gehe mal kurz hoch aber da war es eben echt von vorteil dass wir zu zweit waren also dass wir den typen gleich platt gemacht haben ja ein ding warte ich sehe sie jetzt ist so super ich brauche hier hoch muss man nicht jetzt muss hier unten irgendwo sein oh ja wahrscheinlich hier irgendwo ja ich hebe an und du rennst rein oder du kannst ruhig reingehen ich gehe mal den anderen typen zünder ok mach mal ja und äh wieder ja drücken sehr schön brauchst du noch heilung oder so nö gibt es ja ja nimm dir nicht ich hab noch ganz gut ok so dann dürfen wir mal jetzt hier nicht rödeln wahrscheinlich hier lang ja wobei ich konnte die heilung auch benutzen oh voll gut ja es kann sein dass wir die beide irgendwie einsammeln können aber ich finde so eine solo runden machen bestimmt nicht so viel spaß also ne ach da ja als äh wenn man das äh zu zweit spielt ne zu zweit macht es irgendwie mehr bock oh bist du das? ne nein ich bin doch schon fett am ballern oh nein ah scheiße ah kacke pass auf rechts muss einer sein äh der den ich hab den einer ich zweimal in den Arsch geschossen aber der ist nicht umgefallen genau da bin ich da gucken wir nicht ne sehe da hinten hängt er ne ruhige Schritte ich muss mich erst verbinden weil ich war ja scheiße ah der ist er ja gerade den hab ich doch schon ein paar verpasst der hat sich auch erstmal verbunden bestimmt halt er schießt genauso gut wie ich scheiße ich naja schade aber gleich erwischt kurze runde aber gut so dann tschüss ja das